Ja, da im Münchner Raum hast du kein großes logistisches Problem mit dem Vereinswechsel. Da hockst du dich einfach in eine andere S-Bahn, U-Bahn und schon passt das. Ja, das stimmt. Der wurde jetzt aber, glaube ich, von Niederland, glaube ich. Aber die ist seine Schwester, die spielt immer bei einem. Komm, bitte aufschirm auf den. Jawohl, gut gemacht. Ja, gut gemacht. Ruhig, 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 ruhig. Das stimmt fast, die Station ist praktisch nur ein Verein, kann man sagen. Komm zum Walser, komm! Komm, geht noch ein, zwei Minuten, holst's noch. Wenn du dann irgendwo von München nach Fürstenfeldburg zu 60 oder zu Haching fährst, das ist dann völlig wurscht. Da musst du nicht in die Schule schauen, gar nichts. Das stimmt, ja. Wenn du bei uns hier raus, wenn du irgendwo hin willst, dann ... Ja, dann ... Du musst komplett das Leben umstellen. Genau, aber ich glaube, dass du wirst noch nicht verholt haben, ja. Hier wird noch nicht gewonnen. Jetzt gehen, mach. Komm, bitte. Lütfen und raus! Lütfen, um das! Lütfen raus! Lütfen raus! Lütfen raus! Lütfen raus! Lütfen raus! Lütfen raus! Lütfen raus, komm! 1? 5? 1? 1? Du bist so rein! 1? 1? 1? 1? 2? 1? 1? 2? 2? 1? 1? Maxi war ein klasse Pass. So, letzte Minuten ungefähr. Nicht, dass dann doch wieder das Ring anfängt. Aber dann wird wieder Zeit zum Drucker werden, oder? Das stimmt, ja. Das Rest habe ich schon gesehen. Das passt dem noch ganz gut. Auch der Wascher kriegen und vielleicht noch ein paar Tickets noch weiter. Wir schauen, dass wir noch mal drei oder so. Punktbildbetrieb brauchen wir noch nicht, aber halt für Testspiele eben. Von Maxi, der Onkel, ist das ja. Mal schauen, dass wir dann noch drei Stück fehlen. So, das war 3-1.